Und jetzt fangen wir an, mit Ihnen noch ein bisschen zu spiel zu sein. Das ist wichtig, das ist ein Tor. Und hinzu, Fäden, Tiere, aufsitzen, stark. Hände einfach. Hände einfach. Hände einfach. Hände einfach. Hände einfach. Du musst dich so hier drehen, und wenn du... Du bist nicht. Du bist nicht bereit. So. Nächste. Ja. Ich muss sagen, ich will wie dieser Fall. Ich finde den Kontakt so klasse. Ich will da bleiben. Ja. Ich muss unbedingt, egal wo, was sich passiert, ich muss an diesem Schelskontakt hören. Mit dem gleichen Druck. Und dann, weißt du es, ich gehe hier in die Sicht. Genau. Und kann auch nicht einfach, ne? Die fällt dann aus. Wow. Jetzt bin ich genau mit dir mitgegangen. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist wirklich immer einfach in die Sichtung gehen. Und dann, die Modifikationen, die ich da habe. Mal bewege ich mich ein bisschen mehr. Und ab auf mein Bein. Mal gehe ich ein bisschen niedriger und gehe nicht hoch. Mal... Mal sehen. Mal sehen, wir sind in die Richtung fallen. Mal sehen, wir sind in die Richtung fallen kann in die er gerade fallen will. Mal sehen, wir sind jetzt nicht mehr hoch. Das sind sozusagen, wo er sich abgestützt hat. Oh, hier gehe ich weg. So, und jetzt? Wow! Wow! Ja. Oh! Das war's. Ah! Ja. Uaah. Schön. Oder? André, ich stehe noch. Ach, wie schön. Das ist immer schwer auf so einer interessanten Position. Aus jeder beliebigen Position, in der mir die andere Spannung irgendwo zeigt, kann ich ihn schlagen. Was ist das? Was ist das? Boah. Nicht zur Seite gehen. Weiter, weiter, weiter. Du musst auch kleben. Aber hier, wenn ihr euch Training machen wollt, mit so einem Umflammerung oder Hochgründen im Griff, und dann die Wölkerkung fügen. Ihr seht ja, wie schön weich er sich verhält ist, ja? Da war ich, ja? Aber ihr sollt rollen und einfach andersrum gehen können. Ich nehme meinen Arm und lege ihn hier rauf. Jetzt habe ich hier den Kontakt. Und alles, was ich da mache, legt mich. Boah! Boah! Ja, das geht jetzt gut. Okay. Du, da, ist mein Kopf mal liegen. Ich roll mich so. Und so ein Stück, Stück, Stück. So weit, weiter. Ja? Ja? Der Kontakt. Oh, wuch. Nun, holl ich. Das habt ihr gesehen. Da hat er mich nicht dran gestoppt. Hoopa! Und da habe ich Platz. Ich setze mich sogar hin, als wenn ich rollen wollte. Wie könnt ihr, wie sehe ich das im Material jetzt? Boah! Und hier sieht man auch... Ich zeige es jetzt hier. Hier kommt es. Das ist das. Vielleicht bin ich hier. Kann ich es tun. Das ist gut. Du siehst? Die runter. Weil das runter geht. Hier ist das gleiche. Und das runter geht auch einfach. Also runter geht auch. Und runter geht auch. Ja, down. Immer die ganze Zeit muss ich im Rahmen bleiben, auch wenn ich meine eigenen Schläge mache. Guck mal, ich bin hier vor mir, ich bin im Rahmen. Ja, aber ich bin deswegen zu bespielen. Oh, da spiele ich Spannungen. Da schlage ich. Oh, da schlage ich. Da gehe ich. Du kannst dran kommen. Aber jetzt gar nicht. Das heißt, immer wenn ich irgendwas mache, jetzt bin ich schon gelaufen, da bin ich gelaufen, geht der Körper sozusagen die ganze Zeit neben dir her. Ich muss das mit der Zeit etwas handwerken. Auch für ihn muss das mit der Zeit etwas handwerken. Mein ganzer Körper darf keine Spannung haben. Das ist jetzt gut. Wenn er mich mit mir arbeitet. Ich muss einfach in die Richtung gehen, in die sozusagen er mich bewegt. Das wäre auch schon. Fisch. Oh, jetzt ist es gut und geht das hier an. Und so muss ich der Richtung folgen, siehst du? Jetzt drückst du auf. Dann werde ich so kurz da angreifen. Kürzer. So. Boah. Boah. Keine Spannung zu zeigen. Weil, wenn ich hier arbeite, ich mache natürlich bei mir sowas. Das sind denen auch immer wieder Vorzeit. Mit dem Grunde hier im Boden und so weiter. Ihr müsst sich auch daran gewöhnen, dass ihr immer hier anfangen, so etwas zu machen in der Zeit. Boah. Du machst gar nichts. Als ich mich hier rauf gesetzt habe, da kommt der Kontakt. Boah. Und dann rum komme ich aus dem Recht für dich, ja? Ist auch, ja. Wenn du den Schlag da bis hier geht, schlag ich sie jetzt. Du musst so schlagen, dass du mich hier unten glaubst. Und jetzt ist es vorbei. Dann merke ich, oh, jetzt ist es vorbei. Entschuldigung. Noch mehr. Ich muss noch keinen Schritt machen, das reicht nicht. Ich mache deinen Schlag. Und da wird es, klar wir stehen jetzt ein bisschen schief, aber das ist noch un-ok sozusagen, ja? Ich muss dich so schlagen, dass du aus dem Gleichgewicht kommst. Boah. Entschuldigung. So. So. Dass ich irgendwie den Kontakt herstelle und dann vom Kontakt aus weiter arbeite. Das ist die Idee, wer soll das, ja? Ich muss noch Kontakt kriegen. Und ab da weiß ich, was ich machen muss. Egal wie ich Kontakt kriege. So. 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 Dann ist der Schlag weg. Unter und weiter arbeiten. Und dann weiter arbeiten. Genau. Für den anderen ist es wichtig, dass du da arbeiten. Gut. Sehr gut. So muss man das machen. Sie muss... Hier. Gut. Man soll am besten gar nicht so richtig sehen. Das ist ja der Schatz. Sieht zurück. Oh. Nicht zurück. Und jetzt drüst. Da ist eine andere Klasse. Die Klasse. Einfach mal raus. Und dann machst du Platz. Alles gut. Oh, nur. Oh, nur. Oh, nur. Oh. Aufstehen. Schade. Oh. Boah! Schlüssel! Boah! Runter! Spann dich! Boah! Ja, Mann! Ja? Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Das gleiche! Boah! 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 Jetzt hast du das Gefühl, dass es dir so richtig gefällt, oder? Zum Beispiel, er drückt mich hier. Boah! Oh, wie geil! So ungefähr schläft das sich ein. Und da gibt's Ausatmung zum Beispiel. Das hilft. Genau so gibt's auch. Boah! Boah! Oh! 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 So ne... Oh! 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 Was passiert? Einfach mitgehen. Ja, du gehst zu weit zurück. Geh einfach mal mit, so wie ich es mache. Ein bisschen schlecht. Hinsetzen. 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 Oh, Schritt. Oh. 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 Nee. Das war gut. Oh, gut gemacht. Siehste, gleich besser. Oh, gut. Oh, gut. Oh. 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 Vielen Dank.